ein herzlich willkommen zurück zur dollar so was wir machen da weiter wo wir letztens auf der letzte folge sind wir gestorben jetzt müssen wir wieder gegen die körper kämpfen so moni was haben wir hier so voll kann ich was hier wollen nein ok ich werde mal versuchen von hinterm zu messen sehr schön den haben wir auch erledigt kurz verstecken Messer bauen so wir haben da noch 2 Gegner 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 9 9 9 10 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 18 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 So den hätten wir auch, schlaubt das was. Ich guck mal noch, ob wir hier noch was liegen haben. Ich guck mal, ob wir hier sind. Headshot. Oh oh. BAM! Headshot. So, ich kann hier noch was bauen. So hier haben wir auch nicht. Ich glaub das wars. Ich geh mal jetzt weiter. Was ist das? Flasche. Okay, na los! Läckere, kläckere hoch. Ladies first. Hey! Oh man! Wir haben's tatsächlich geschafft! Sind alle okay? Ja. Gehen wir. Ihr seid ja alle ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Ja, genau. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Okay. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Haben wir hier was liegen. Haben wir hier was liegen? Oh je. Wir haben jetzt 3 Gegner. Wir haben dich noch nicht verwandelt wie ich sehe. Oh! Was ist das Ding? Oh! 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 Okay. Sie sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Okay, dann mal los. Ich glaube, mit dem können wir nach oben klettern. Okay. Oh! Was? Oh, verdammt. Okay, Beeilung. Oh, scheiße. Komm, schnell, schnell, schnell! Sie können! Ich weiß! Okay, gut, gut, los! Oh! 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 Da haben wir noch. So! Oh, ich habe mich noch mit dem. Oh! 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 kommen wir hier wieder raus finden wir ja das ist ihre meinung wie kam es zu dem bis man trifft in der zone nicht auf infizierte wenn man sich an die regeln ja ich schlich weg ich war auf diesen militärinternat wie bitte naja die stadt erkunden ich wurde im einkaufszentrum gewissen es ist doch komplett abgesperrt wie bist du da reingekommen verstehe war mal ihn bei dir als das passierte nein ich bin danach zu wie es ihr wohl geht ich sagte doch alles wird gut so geht es doch hier noch was liegen nein hier haben wir eine tür hier haben wir auch in der tür moment of course wir hier auch Okay. Sorry, sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Äh. Ach, joh. Was ist das hier? Ein altes Museum. Wir sind 400 alt. Wirklich? Wow. Wir haben ja so Schiff, Piraten schon. Okay, aufpassen. Schnee. Los, los, los. Scheiße. Ich lebe. Ich werde außenrum gehen. Wir sind hier. Tess. Renn. Renn. Scheiße. Oh nein. Schön. Ah ja. Tess. Ich habe keinen Money mehr. Was ist das? So, ich weck's mal zum Magnum. Ich kann ja mal hier bauen, was ist? Messer? Jawoll. Wo muss ich denn hin? Hier? So, hier haben wir nicht. Geh mal nach oben. Oh je. Stop. Ah. Bam. Komm weg. Hilfe! 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 Was ist das denn? Hilfe! Ist das denn eine Gegner? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Es ist ein Schmack! Es ist ein Schmack! Das war verdammt knapp. Oh, ja. Das war Ideen! W 아, wie eh? Es ist toll natürlich noch! Ich habe 10 Kilometer. das ist bei dir alles okay nur etwas erschöpft hier lang hier geht's aufs dach und was ist mit dir alles okay definiere okay atmest du noch geht panisches keuchen gut dann bin ich okay wir müssen irgendwie rüber da ist unser zielort not the lake Vorsicht! Okay, sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reis dich zusammen. Ja, Ma'am. Gleich hier um die Ecke. Kommt! Geh weiter, Kleine. So, das war's dann mit der Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Ja, das war's dann! Genau, das war's dann. Verge rumors! En separate.